Vergesst euch das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, sobald ihr die Glocke zu aktivieren und meinen beiden anderen Kanal zu abonnieren, die ihr auf einer Karstelle verlinkt findet und mich auf Instagram und Twitter zu folgen den Kontrollzimmer umstellen So Das müssen wir nicht befassen, oder? Sonst kann man es trotzdem noch umstellen Jedenfalls haben wir mal wieder Minecraft Retro Na Mal gucken, was wir machen können Tjoa Was wollte ich überhaupt noch machen? Oh, keine Ahnung Wann ich mich, ey scheiß Hoh Ja Hoh Hoh Shit Ich bin wirklich ein Rocker gewesen Hoh Ich Ich kann auch noch wissen, wo ich jetzt das letzte Bau aufgehört habe. Das war schon mein Haus. Ist das das Dorf? Ich wohne, oder? Ist das ein neues jetzt? Neues wäre schon geil. Oh ne, schade. Ist mir das Haus. Oh mein Mensch. Ist schön geworden. Oh Gott, wie der Scheiße Haus, ne? Was ist denn fertig geworden? So. Ich frage, wie machen wir das? Ich weiß nicht, ob ihr Ideen habt. Wie das Haus hier. Allerdings gab es keine Vorschläge für Ideen. Schade eigentlich. So, dann brauche ich jetzt einfach nicht drauf los. Keine Ahnung wie man es bauen soll, das ist das Problem. Okay. So ein Kopfhütter raus. So ein Kopfhütter raus. Es ist einfach hier. Mal zurückziehen. Zack. Zack. So ein Kopfhütter raus. Mal einen Poker zu bauen. Ich will was chilliges machen. Ist auch nicht so ein Scheiß. Oh Mensch, Jungs. Wieso mein Sohn ausbauen? Keine Ahnung. In diesem Fall so unkreativ. Wieso mein Sohn ausbauen? Wieso mein Sohn ausbauen? Wieso mein Sohn ausbauen? Okay, ich muss das fertig. Jellycrowse. Tja. Wieso mein Sohn ausbauen? 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 Wieso mein Sohn ausbauen?